Schöner Block. Macht sich sofort bemerkbar in der Defensive. Lemmas, der gut hier mitgeht. Und dann... Lecavicius abräumt. Geist, klasse durchbesteckt. Jetzt zaubern sie. Und jetzt sind sie erst mal zweistellig vorne. Aber den muss er jetzt abschließen von ganz weit draußen. Von Butler, Scarlett Homsley. Schottlock war runtergelaufen, musste abschließen. Vom Zero to Hero, Will Cherry mit dem Monsterblock nach dem eigenen Ballverlust. Der Hund gefällt mir bisher besser als Pressy. Oh, schön, ey. Und Jasse, wie er da in der Luft steht. Ein paar Sekunden. Ja, aber das Geile an der ganzen Geschichte ist der Pass von Hund. Also, sensationell gesehen. Supergut gespielt. Scherle. Scherle! Auf Static. Da schaut er ein bisschen rüber an. Kann sein, wo bist du Junge? Aber der Junge war da. Und der fliegt schon wieder ein. Was macht denn Chris Coffey dort? Also da kannst du allein von Chris Coffey hier schon aus den ersten vier Minuten ein Highlight-Video drehen. Da kommt er wieder mit voller Wucht. Keiner steht im Weg. Und da ist sein Timing einfach überragend. Das ist ein Face-Dunk von Oscar da Silva. Chris Coffey ist mit auf dem Bild. Kommt er undankbar zu spät. Oh! Und Typhus Watt. Der bestraft das mit dem Ausrufezeichen spektakulär. Ehrlich. Dann ist er durch. Und dann der Slam. Ohli! Und dann wieder ein von Koza. Das war aber liebst. Was für ein Fund von Mike Koza. Achtung hier. Wartet da kurz und hinein ins Glück über Drew Crawford. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.